Yo Leute, was geht ab, back in the game, remember my name, es wird der Angel hier für euch am Start, wir befinden uns gerade wieder im Livestream, es wird wieder Zeit für ein nices Paket Unboxing von irgendwas, was mir zugeschickt worden ist, fangen wir an, let's go, let's go, hu hu, 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 ratet mal was da drin ist, ich hab das in den letzten Stream schon angekündigt, ich geb euch ein Tipp, es ist auf jeden Fall eine Pfeife, und damit mein ich nicht euch chatten, puh puh puh, Hä? Ich hole jetzt erstmal alles raus, oh, geil, ein geiler Molassefänger, aber ich verwende leider keinen Molassefänger mehr, extra von Hookerwerk, auch mit Silikon drin, oh, sogar aus Edelstahl, crazy, Vortex Claw, neue Zange oder was? Luxury Bowls, heißen die mit? Ey, die Verpackung sieht echt gut aus, und warum stehe ich noch? Ach du Heilige, da ist mein Baby! Ich bin Vater geworden. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt noch erstmal einen Zug, danach fangen wir uns an, nach der Größe hier vorzubereiten. Schmeckt. Actually, haben die uns auch angefragt, chillig, 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 Smokelabs ist wohl bekannt, ne? Fangen wir mal an mit dem Kleinsten hier. Was kann das sein? Artefakt Hooker, noch nie was von denen gehört, ist das Kohle? Oh, es ist ein Mundstück in lila! Oh mein Gott! Lila, aber ein schönes Lila, muss man da, ah nein, ich kann hier keinen Zoom-Effekt machen, dann müssen wir leider zurück in die alte Szene. Habe ich es einfacher nachher im Schnitt. Das ist schon echt sexy, man. Also, es sieht jetzt auf der Kamera blau aus, es ist aber ein Lila, das ist wegen der Farbkorrektur. Das ist schon echt schön, man. Auch hier, das ist mehr Lila-Blau anstatt Gelb. Beste Farbkorrektur mal wieder. Machen wir weiter mit dem nächsten, ich denke von der Größe her, machen wir weiter mit einer Zange. Die ist von Vortex. Boah. Das ist ein Brett. Also, es ist eine Zange, ne? Also, wenn er versteht. Fühlt sich gut an. Ist auch gut abgeschliffen worden. Vortex im Schriftzug in Inman. Was würdet ihr der Zange für eine Bewertung geben? Eins bis zehn in den Chat. Falls ihr vor habt, bei Hookerwerk einzukaufen mit dem Code Angel10, spart ihr euch zehn Prozent. Die Pfeife, die ich nachher im Video auspacke, die gibt es da auch. Kuss geht raus an alle Supporter. So, ich muss sagen, von der Größe her, das hat sich schon mal ein bisschen hochgeschoben. Hier will etwas raus. Dann gucken wir uns das doch mal an. Wer ist er? Der ist ja ultraschwer. Heißt das MT? 1220 BK steht hier noch hinten drauf. Auf jeden Fall komplett glazed. Hat ein sehr tiefes Depot. Also, da kann es schon mal gut und gerne. Da verschwindet der komplette... Ja, okay. Ich würde sagen, eine Dreiviertel-Fingerkuppe verschwindet darin. Also, hier wird auf jeden Fall ordentlich was reinpassen. Ein echt schöner Kopf. Alter, der ist so schwer. Das ist safe mein schwerster Kopf. Scheiß mal auf den Medieval Pattern. Scheiß mal auf den. Von Ümit. General Manager aus Istanbul. Das Logo ist schon fett, ne? Könnte sich mit meinem Logo konkurrieren. Great. Aber es steht nichts mehr dazu, ne? Das war es einfach. Mit Luxury Bowls. Gesegnet und handgeschrieben von Ümit. Krasses Teil. Freue ich mich sehr drüber. Sehr, sehr lecker. Mit einer der schönsten Köpfe, die ich jetzt habe. Aber ich frage mich, wo das Gewicht von diesem Kopf her kommt. Und das ist ja, das ist ja nicht mehr normal. Dann haben wir Zange, Kopf. Was könnte hier denn drin sein? Noch ein Köpfchen oder was? Da hat mir Uno aber richtig gegönnt. Es war eigentlich nur abgemacht, dass ich eine Pfeife bekomme. Er schickt einfach noch Köpfe hinterher. Was ist ein Ehrenmann? Lol. Lecker Schmecker. Alter, wer soll denn den rauchen? Das ist ein Silikon-Ersatz, sage ich mal. Damals sahen doch die alten Silikon-Köpfe so aus, ne? Ey, das Depot ist auch geisteskrank viel. Da verschwindet jetzt wirklich wieder ein Dreiviertel vor meinem Finger. Was ist das? Ist das Stein? Das ist Stein-Ton, wa? Von Smoke Labs. Hooker Company since 2009. Habe ich noch nichts von gehört, wenn ich ehrlich bin. Bowl for Hooker. Welchen habe ich jetzt? Made in Russia, das ist ein russischer Kopf. Guckt euch mal diese Details hier drauf an. Der hat so ein bisschen Destroyed, Distressed Look so auf Tornado angelehnt, sage ich mal. Erinnert mich wirklich an die alten Silikon-Köpfe. Da kommt Nostalgie gerade richtig hoch, man. Oh, nur Kuss geht raus. Der hört sich auch echt sexy an. Aber wie lange haben wir denn schon aufgenommen? 10 Minuten. Ey, geil, dann wird das ja ein 10-Minuten-Video. Korrekt. Dann kann ich eh keine Werbung schalten, weil das Video entmonetarisiert wird. Deswegen haben wir geschrieben. Die Vortex Hooker. Hurricane. Ich habe mich so lange darauf gefreut. Ladies and Gentlemen. Nein, das müssen wir richtig machen. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere für euch. Die Magenta Vortex Hooker. Oder Purple. Weiß ich nicht genau. Rauchsäule. Anschluss für den Schlauch. Rauchsäule mit nicht integriertem Diffuser. Ein sehr, sehr nices Mundstück, auch in Purple. Ist das der Kopfanschluss? Alter. Massiv. Und die Base. Base ist auch noch mit am Start. Yes, Sir. Einen Schlauch kann man immer gut gebrauchen. Der hat auch eine echt krasse Dicke, Mann. Und einen schwarzen Teller. What? Der ist übeleicht. Aber übelwertig. Jetzt ist natürlich die Frage, was haben wir für eine Bowl, ne? Der gute Ono meinte, ich bekomme eine Tropfenbowl. Ich weiß aber nicht, wie eine Tropfenbowl aussieht. Das wird auch meine erste sein. Deswegen ist die Überraschung groß. Aber die ist so klein. Oder täusche ich mich da? Auf extra safe eingepackt, sagst du? Okay. Wer ist er? Die ist doch größer, als ich dachte. That's what she said, man. Ich mache ja gerade nur ein Unboxing und ich möchte euch nicht zu viel vorwegnehmen. Das wird nur mein erster Eindruck sein. Deswegen wird das ganze Aufbau-Video zu dieser Pfeife in einem separaten High-Quality-Review abgedreht werden. Jetzt schon mal gerne ein kostenloses Abonnement dalassen, damit ihr das nicht mehr verpasst. Aber wir testen die Pfeife heute noch im Stream. Und da gibt es mein Kurzfazit. Der Kopf, sehr, sehr lecker. Ich benutze den gerade mit der Zeppelin von Clouds. Super Setup. Pfeife lässt sich ganz entspannt rauchen. Die Pfeife hat vier Punkte, wo ich sage, das ist eine außergewöhnliche Pfeife. Wir können jetzt erstmal hier auf ganz entspannt uns mal den Durchzug anhören. Bei der Tropf Bowl. Ist schon auf VUCA angelehnt. Man sagt ja immer, man soll keine Pfeife mit der VUCA vergleichen. Aber der Sound ist wirklich fast identisch. Ich weiß jetzt nicht, ob das an der Pfeife generell liegt oder an der Bowl. Aber da kann ich auf jeden Fall sagen, saftig, knarftig. Das volle Review über die Pfeife, weshalb die besonders ist, werdet ihr bald sehen. Lasst gerne ein kostenloses Abo da und ein Like, um mich zu supporten. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Haut rein. Willst du, was ich mein?